Dampflok Das ist die erste E-Lok. Die Schuljugend freut sich auf die erste Fahrt mit einer E-Lok. Der Bürgermeister Kullit bei seiner Ansprache. Die ganze Prominenz von Bixbach versammelt. Der Direktor Johann, Herr Nisler, Herr Schneider, die Presse und Herr Warner. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Chef der Eisenbahndirektion, Saarbrücken. Ein erhebender Moment für Bixbach. Und nun geht's auf zur ersten Fahrt. Der Chef der E-Lok